hallo und willkommen zurück ja wir haben hier die das noch mal gemacht und ja ich werde ab jetzt habe ich einen Minecraft-Part hochgeladen ich habe noch einen bereit und vielleicht auch schon hochgeladen wenn ihr das seht aber ja und ich möchte so ein die Geschichte vorantreiben und die kleinen Quests werde ich einfach so irgendwann mal ein Part machen so das können Leute die das nicht so sehr interessieren können das auslassen ja und können wir uns auf den Weg machen in die Berge das ist der falsche Wort und wir sind genau falsch gemacht ja wenn wir dann den Gronen haben dann geht es um einiges einfacher da muss man nicht die ganze Zeit so dämlich laufen und laufen und laufen ja was kann ich noch sagen ja ich werde noch let's playen vielleicht was sogar vor dem noch hochgeladen und so ich weiß noch nicht habe wirklich was abgefunden ähm weitschus treff ich? ich treff mich nicht ich treff mich nicht oh genau so und so 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 und ich treff den nicht ich muss jetzt schon noch schaffen von hier aus diese Steuerung ist echt dämlich ja sie ist dämlich und es leckt hier der Tod ein Pfeil und ja in Kräutern findet man also in Kräuterei Unkraut findet man immer wieder neue Sachen und jetzt werde ich abtreffen oh oh ja immer so leicht und heute mit dieser Steuerung gibt es fast nicht mehr ach verdammt ja hat zwar nicht getroffen aber irgendwie habe ich trotzdem getroffen und so ist es eben so gekommen oh oh hallo du äh der hat mich nicht mal gesehen soll ich recht sein ja ja was kann ich denn sonst noch sagen ja die Berge Link als Hardliner kommt dort mit seinen kurzen Hosen und so ich meine seht ihn an und so geht er in die Berge wo es Schnee hat das könnte ich natürlich nicht ja hier kommen dann diese Gegner äh die können sich im Schnee verstecken hier gibt es meistens Gegner die sich verstecken können wie dieser hier oder diese äh wieso kommen die nicht ja egal ich habe keine Bombe aber es ist mir egal ich habe hier noch das und dann ist das Problem behoben ja ja okay nicht geschafft hier hier gut und was ist da zur Bergsiedlung ja und hier sind wir normal bei der Bergsiedlung zwar jetzt also eine Bergsiedlung das bedeutet hier in Zelda nur ein einziges Haus und dann gerodene mit einer Froschmütze ja ich muss jetzt hier hin ich habe da kaputt machen müsste es mir etwas nein ist mir nichts ja ich sage ein bisschen zu viel ja ähm und so habe ich auch bemerkt nein ich sage ein bisschen zu viel nein oh stirb 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 ach sag dir stirb ich sage dir stirb stirb ok geht doch und sprungen willst du etwas komm her komm her ok du kannst auch verschwinden wenn du unbedingt willst und hier gibt es noch den Tingle ich habe ihn fast getroffen ich bin brutal naja und bei ihm kann man ja 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 wir haben die Karte von Peekypan ja Tingle Tingle Kuml Olimpa keine Ahnung was er bedeutet und jetzt seht ihr um zu rechts haben wir eine Karte muahaha und Papa wir haben stärkeres Schwert darauf freue ich mich schon ja das alte Schwert ist meiner Meinung nach extrem scheisse diesen Schneeball wäre halbiert Schuss daneben und Pfeil kann man nicht holen bei ähm ich heiße es am neuesten Twilight Princess hätte man nicht Pfeil holen können und hier und hier seht euch das Sand es fliegt und hier ist ein schatten ohne ich das und ich kann einen riesen Drian Attacken machen und ich werde hier den Part beenden also hier bis zum nächsten Mal und hier